Was ist dein Ernst? Du verschwettest deine Zeit! Boah, du auch. Ich sag's dir, wie es ist. Echt. Wo denkst du, dass du hingehst? Was war gerade? Wir sind so viel hässlich heute auf einmal. Sorry. Was haben sie dir angetan, Mia? Mh, nice, ne, bitte. Ist ja nur irgendwas, was man so entdecken kann. Interaktiv so, weißt du. So mäßig interaktiv. Ankerkraut. Für die Seele. Flüssige Chemikalie. Weißt du, wir kommen doch mal direkt das Interaktionsmenü auszuprobieren. Das Kombinationsmenü. Kombinieren. Perfekt. Wir wollen jetzt aber am besten... Wenn wir eine Chemikalie für Schießpulver nehmen sollen, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Money. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr gerade bedacht, dass wir überhaupt eine Pistol haben. Interessant. Wir wollen jetzt mal gucken. Bäh. Eine antike Münze. Danke. Ein Holzstatus. Eine abscheuliche Haufen. Wer weiß, was das ist. Hm. Ich würde es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist eine Holzstatue. Ist das vielleicht für dieses Schattenspiel oder ein Flur? Da bleibt es ja immer noch. Das würde schon sein. Ich habe nichts verstanden. Sorry. Ich muss mal kurz Untertitel anmachen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Ja, ja, ja. Aber ich nicht. Ich möchte ganz gerne raus. Lass mich in Ruhe. Nee, 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 nee. Ich gehe ja mal kämpfen aus dem Weg, wenn es geht. Ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe? Alter. Ich gehe mal davon aus, ich tue jetzt erstmal den einen Hundekopf hier dran. Ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für ein Schattenspiel? Hm, 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 hm. Nee, 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 nee. Ah. Ah. Mein Gehirn kommt darauf nicht klar. Ja, das kann es aber tatsächlich sein. Oh, 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 oh Wenigstens so ein bisschen noch. Ich bin in solchen Rätseln richtig beschissen. Wer baut diesen Mist? Leute, die dafür bezahlt werden, Ethan. Also ich nicht. So. Können weitermachen. Ja, super. Ein Geheimgang. Und ich steck fest, oder wie? Sehr, 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 sehr entspannendes Spiel bis dato. Alter, was ist das hier? Muni, 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 Muni. Lustige Chemikalie. Apropos, diesmal werde ich es aber für Muni benutzen. Definitiv. Nochmal Pistole, Muni. Psychotikum. Interessing. Na, mal sehen meine Outlagerung denn da. Schau mal. Eine Toilette. Natürlich. Haben die hier noch irgendwas ausgestattet versteckt oder sowas? Haben die irgendwo noch was ausgestattet versteckt? Ich laufe jetzt den ganzen Scheiß hier. Ich laufe jetzt den ganzen Scheiß hier. Alter, was ist das? Ist ein Granadenbeer. Alter, das ist übrigens der Lootraum. Lass mich rein. Ich brauche jetzt einen Rabenschlüssel. Willst du mich verarschen oder was? Willst du mich verarschen? Ist vielleicht auch noch so ein Griff dran, den man irgendwie ziehen kann oder so eine Scheiße. Irgendwie sowas. Nee. Komisch. Ich hatte das Gefühl nicht Lust, dass hier noch irgendwo was rumliegt, was ich vergessen habe. Aha. Dieser Raum ist so full mit stuff. War das gerade was? Was macht denn eigentlich das dummes Psychotikum? Guck mal, das ist doch auch ein Sprechslot. Was war denn die Scheiße? Ach, meine Ziele sind übrigens 300 Köpfe bekommen und die Flinte bekommen. Um Psychotikum. Arzneimittel, dass Gott sei sie sinne schärft, wodurch sie Objekte einfacher aufspülen können. Ich dachte, das mal als erledigt. Das brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe mir gerade nicht alles manuell abgesucht. Ich habe meinen Lockbekleider schon verschwendet. 14. Juni. Lukas, du verdammter Idiot. Mehr lese ich da gar nicht. Egal. Es ist auf jeden Fall... Wohin, ihr Kind. Ach nein, mach doch so mal nicht. Das könnten ihre Opfer sein. Guck mal, ein Fernseher. Einartige Münze. Interessant. Ist hier noch irgendwo etwas. Irgendwo. Ich will mehr Stuff. Ich will mehr Zeug. Ich hoffe, dass ich alles finde, ohne dieses Scheiß Psychotikum einzusetzen. Ich sage es dir. Ich habe kein... Das ist doch... Oh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ich gehe auch schon, ich gehe auch schon, ich gehe auch schon, ich gehe auch schon. Schütz. Was ist? Kann ich doch da stampfen, ist schade Weißt du, ich fresse jetzt mal ein Kraut Ich fresse jetzt ein Kraut Lecker Ich merke die heilende Wirkung sofort In meine Gehirn darin, merkst du? Können wir euch mal wieder Zuschauer haben vielleicht Oder auch nicht Oder vielleicht auch da Oder vielleicht auch ne Oder vielleicht auch da Oder vielleicht auch ne Ist das die Haupthalle? Ja Das hast du auch mal jetzt eben Was tun wir jetzt hin? Oh, jetzt können wir hier mal ganz viele Scheiße einlagern Äh Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr Ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr Pistolenmunition Wir müssen vor allem gleich noch zu dem Uhr pendeln Liebe Ich will lieber los, dass ich vielleicht vorher hätte das mit der Uhr machen sollen Ich schließe das mit dem Paketcontroller Irgendwie hat der Stickdrift Keine Ahnung, egal Wir werden ja dann erstmal jetzt hier Mehr looten, was zu looten ist Dietrich haben wir immer noch nicht Wir merken uns auf jeden Fall, da ist man im Box Vor dem Zerlegungsraum Zwischen Jagdzimmer und Zerlegungsraum Wo ich noch hin muss, auf jeden Fall Das Rohrpendel können wir erstmal wieder einlagern Da brauche ich jetzt sowieso nicht Äh Ordnung Das beschreibe ich als Ordnung, ne? Witzig Äh, ja, raus Vertrauens erwecken auf jeden Fall Ah Wir nehmen schon übrigens eine Stunde 21 auf Ob das Resolve schafft? Ich weiß es nicht Ich hasse solche Türen Ich hasse solche Türen Ich hasse solche Türen Der Zerlegungsraum, Alter Das ist eher so Die Modahölle Oh, das schreckt mich doch nicht so, Alter Und ich sag immer, ich hätte schlechtes Aim S-Magazin hat Exakt gereicht Gut, dass ich nachgeladen habe Jetzt eben Workshop Werkstatt ist leider zu Was ist das? Stol-Money Karte Verarbeitungspreise Eigene Karte Ach, Dach Das ist der scheiß Shortcut Ich hasse Skorpion-Schüssel Das ist eine Falle Das ist eine Falle Hm, Schatzfoto Oh, dieser dreckige Kamin Das ist der übelste Nutraum Ja Gut aim, sag ich mal Immer leicht knapp Aber es geht Ich will jetzt erstmal wieder hochgehen Ein bisschen den Skorpionsschlüssel einsetzen Das ist eine rechte Belege Ähm Da oben ist irgendwo noch Joe Baker Hab ich jetzt nicht so Bock, dem erst noch wieder zu bringen Scheiße Ah, Männer Akku leer Super Spitze Das ist nur ein einziger Akkulader Oh, Mann Blumex Was mich enttäuscht So Jetzt sind wir wieder Back in the house 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 Geht das gleich ganz einfach so Wenn ich bin tot Na, ich speichere da an Ja, ich habe Speicherplatz Oh, maß Das ist gar kein Problem Hm, 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 hm Warte, warte, was Wichtige Chemikalie Was war denn in dem anderen Bereich Da gucke ich später nach Das war nichts interessantes bestimmt Äh Schießpulver oder Heil Ich glaube, wir haben genug rein Und wir brauchen mehr Mehr Muni Mehr Muni Mehr Muni Mehr Muni Das Game will mich rollen Das Game will mich rollen Psychotikum Dann lassen wir uns jetzt mal hier erstmal liegen Das sind Schlagenschlüsse Das ist hier alles liegen Boah, ich sag's dir, wie es ist Wir gehen erstmal nach oben Wir gehen nach oben Oh Oh, oh, oh Den Raum habe ich hier ganz übersehen Lukas Ich habe den Kerl geschnappt Der immer Zu fliehen versucht Ich habe ihn In den Verbrennungsoffen Ganz links gesperrt Damit er nicht wieder abbaut Holen Den Haus Wenn er fertig ist Alter, dieses Spiel So weißt du noch Wie man in den Türen ist 3A Und ein Handabdruck Wirklich uncool Ich sag's, wie es ist John Travis Hier Tamara Ja, Tamara hat 3A To be honest Und Handabdruck Frisch und crispy Der Whopper Bei McDonalds Wenn du denen keine Chance gibst Sich zu verteidigen Passt alles Das ist ein Zerlegungsraum Will ich hier auch gar nicht rein Ich sag's, wie es ist Geht jetzt erstmal wieder raus Und erledigen den Scheiß mit dem Skorpionsschüssel Und tun den schönen Pendel da machen Weil, ja Ich will noch nicht unbedingt in den Zerlegungsraum rein Ich hab noch keine Lust da drauf Ich bin noch nicht gut vorbereitet Zerlegungsraum Das klingt schon wieder so krass Brauche ich bestimmt Ich bin hinten mal näher rüber Machen wir die erste Sache mit dem Uhrpendel Wir gehen aber nicht her Ich wollte erst nur die eine Tour mit dem Lockpick öffnen Hier noch irgendwas Ich glaube, da war nichts mehr What the fuck Äh, ja Hier war das Ich hab mir doch extra aufgeschrieben, dass ich das machen muss Äh, so Hier So Macht das Sinn Warum immer Flintenmuni? Warum immer Flintenmuni? Wozu Flintenmuni? Wozu brauche ich Flintenmuni? Das ist keine Flintenmuni Natürlich will es nicht Ist ja ganz ruhig Ich bin überrascht Der kam da gerade um die Hecke Sagt ihm nichts Sagt ihm nichts Sagt ihm nichts Sagt ihm nichts Nicht, dass ich ne Waffe hab Ach ja, ja, ja Der darfst nicht erfahren, dass ich ne Waffe hab Kommt ja gleich runtergesprungen, der Pisser Merkt das schon Wir mussten uns erstmal mit dem Uhr Du bist jetzt Teil der Familie Uhrpendel Sch, sch, sch Ach guck mal, Alter, die Fresse Ist dein Ernst? Du verschwächtest deine Zeit Oh, du auch Ich sag's dir, wie's ist Hilfreich ist es nicht, dein eigenes Haus zu zerstören Wenn ich das mal so anmerken dürfte Darf ich wahrscheinlich nicht, aber Mach ich trotzdem Ist mir relativ scherz egal, was du von mir denkst Ich bekämpfe dich jetzt hier im Haus nicht Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf Ist einer sowieso nur, wenn einer in so einem Scheiß-Boss-Fight Den ich sowieso nicht gewinnen kann Pass mich zu dem Schloss Scheiße OMG OMG Oh In der Uhr im Freizeitraum In der Standuhr Im Wohnzimmer Im Buchenfreizeitraum Und im Zerlegungskeller Uri Geller Uri Geller Ich fass es nicht Ich guck erstmal in mein Inventar Fark ist schon wieder zu voll Wir können ja kombinieren Perfekt Flinten Zwei Flinten Monika Ist wahrscheinlich noch Platz dafür Wir dürfen jetzt nicht zu viel nehmen Weil sonst kann ich die Flinte nicht mehr nehmen Aha Wir sind nicht da Wir existieren nicht Wir sind nicht da Ist alles ganz okay Keiner ist hier Keiner möchte was Böses Scheiße Schatzfoto Kann man das Schatzfoto eigentlich wegschmeißen Warte ich hole das kurz Schatzfoto schmeißen wir jetzt weg Schatzfoto schmeißen wir weg Ja Ich weiß ja wo es ist So jetzt muss man theoretisch Zwei Inventorslots frei haben Wir können uns jetzt die Schalte holen Ich mag es wenn Sachen funktionieren Die war ja defekt Habe ich gerade gelesen So jetzt fühle ich mich relativ bereit in den Keller zu gehen Jetzt können wir die ganze Flinten Munition aufnehmen Jetzt habe ich dafür Zeit Jetzt können wir in den Keller gehen In den Zerlegungsraum Wofür wir den Schlüssel noch haben Speichern Das Mikrofon nervt manchmal So Ähm Brauchen wir den Scorpik hier Ja ich gehe mal davon aus wir brauchen den noch Ich guck mal das können wir rüber tun Weil das brauchen wir jetzt sowieso Flinten Muni Wir brauchen viele Flinten Muni Oben war noch Flinten Muni in dieser eigenen Kiste Habe ich nicht vergessen Bitte nicht vergessen Ah den Raum den wollte ich ja sowieso noch kurz durchgehen was hier los ist Uri Geller was machst du hier Uri Geller und seine herzlichen Freunde du Oh surprise 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 Wollten wir brauchen oder was Ich sollte lieber weg gehen So habe ich aber nicht gewählt Oh ich habe ja verschlechtes ähm ich sag's dir Müssen wir uns decken was an hier Sag ich doch Besser als nichts wie gesagt Äh brauchen wir noch Zeug Ja wir brauchen definitiv noch Zeug Warte mal ganz kurz ich möchte auch Kraut essen Okay Können wir einfach so ins Erlegungsraum gehen Dann müssen wir unbedingt hier durch Jetzt nehme ich keine Muni mehr Gar keine Muni mehr Das ist jetzt Eine scheiß Situation Weil ich möchte meine Flinten Und nicht verballern Ich brauche ich das mal dringend stuff Kraut Das ist mein Psychotikum Und das hilft mir jetzt hier nicht Das ist das blöde Geht's noch Möchte ganz gerne Ruhe haben In meinem Gameplay Ja da müssen wir jetzt mal Zueinander geschossen Wechseln wir nicht Ach guck mal Chemikalie Da haben wir doch mal etwas Sinnvolles Haben wir hier auch noch was Vielleicht ist man mit besserem Aim Da können wir vielleicht auch noch Das Ding hier ein bisschen mehr benutzen Oh ja Oh ja Wasser ist Könnt euch jetzt mal zusammenreißen hier Das ist glaube ich mit der Scholli Das sind die Läume richtig auf, du Stärkeflüssige Chemikalie Das klingt doch schon mal interessanter Bisschen mehr Flinten-Money Ich hab sogar daneben geschossen Was mach ich eigentlich Jetzt kommen wir zum Zerlegungs-Räumen Nächstes Mal atmen nicht so laut Ah, das ist das Ah, das ist das Was macht mich jetzt zum Zerlegungs-Räumen-Räumen今回 See you next week Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.